Leute, willkommen zu einem neuen Stream von mir und ja, ich bin wieder zurück. Erstmal hallo Freunde machen. Hallo, 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 hier sind die Stratusfreunde und wir machen jetzt ein bisschen Duos, okay? Und wir werden richtig reinscheißen, okay? Guck mal hier, Poli-Wall, ich bin richtig OG, nein bin ich nicht, habe ich nur von Retail-Wall bekommen. Okay, nein, wir werden nicht reinscheißen, okay, wir suchen gleich nach einem Roboter, weil ich muss mal dreimal einen Roboter und einmal Schild übernehmen, ich muss 500 Mal Schild überladen und schießen. STANDARD-TANZ! Ich wollte grad tanzen. Boah, damals, wo ich noch Moskin war, da hab ich sogar schon gestreamt, glaub ich, ich hab keine Ahnung, ich glaub schon, ja. Du hast schon gestreamt als du Moskin warst. Ich hab den Stream des Endes. Ich mein SKIN! Ich bin in Season-Spieler. Du bist erst... Äh, ich hab, ich hab schon in Season 8... Eines Spiel ist ja in Season 8, aber ein richtiger Season-Spieler-Band ist man ja erst, wenn man den Skin hat, also... Ja, hat Jassin gesagt. Stimmt aber nicht. Woher willst du das wissen? Da hab ich was von... Ja, weil das nicht stimmt. Ich hab ja was von... Ey, ein Sandsturm wird ja auf die Erde zukommen, hab ich gehört. Also ein Sonnensturm. Ja, und immer wenn der... Immer wenn der Meteorit nach unten geht, ne? Ich mein, ihr real bleibt. Real? Nein. Doch! Ein, äh, Sandsturm, der sich in der Sonne gebildet hat. Das nennt sich Sonnensturm. Der wird aber nicht so... Also der wird nichts gegen Menschen, glaub ich, machen. Also irgendwas mit Strom und alles zu tun. Okay, hier ist einer. Ja, Bruder, da sind bestimmt voll viele, weil es direkt... Ah, nein, wir nehmen wen hier. Ja, direkt da hinten, da bei der Wüste. Da, wo ich markiert hab, neben dir. Du weißt schon, dass da grad alle rausspringen, glaub ich. Äh, da fliegt ihn da hin. Ich frag mich grad nicht. Wir werden noch sterben. Wir werden noch sterben. Wir brauchen ne Waffe. Ich glaub, ich hör mich an wie ein Roboter am Spielen. Und ich lege wieder hoch. Geil. Geiles Internet, ne? Roboter. Versuch ich grade. Und mal hast du ihn? Nein. Wacklauf! Ah, ihr Spitz hatten sich alle. Ich bin der Sturz für sich HP. Ich bin down. Der Trag geht ihn gemacht. Alter, was ich hier... Oh Gott, Hilfe. Der tötzt alle. Egal, mein Vater ist ja da. Was? Oh fuck. Leben noch einige. Ah, einer ist raus. Schade jetzt. Also mal aufhören. Geh hin, geh hin. Geh hin, geh hin. Jetzt ist er abgelenkt. Gehen. Jetzt läuft er weg. Oh oh. Hast du mich bemerkt? Oh, der kommt. Der kommt. Der kommt. Fuck jetzt. Der kommt nicht zu dir. Doch. Okay, jetzt kommt er es natürlich zu dir. Was hast du nicht gemerkt? Woher hast du nicht gemerkt? Woher hast du nicht gemerkt? Warum kriegst du keinen Apfel? Hallo. Hallo. Der hat sich nicht gemerkt. Der was? Der was? Der genau Buschcamper. Löffel. Warte, ich mach ganz kurz meine Tür auf, dann ist mein Wiedermesser. Was machst du auf dein? Die sturm, aber ist mir jetzt scheißegal. Was ist los? Ja nix da drauf. Nimm mal was ist los? Und was ist los? Hört man da was? Nee ne. Verhörst du ja ja einfach so ein Film sehen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist, aber egal. die tanz so was ist das modell abbaust du ja der gibt es jetzt gibt es immer jungen dinge abschließt ab hier aus dem hier welchen guck mal ich hab moment den mag ich heute komm noch mal ach so ja hr ja ich auch alle bei mir sieht mich sehe ich nix das hat voll in dein mikrofon alter ein bisschen weiter weg von deinem mikrofon nicht so laut das übersteuert Prozent die Verhältnisse von Weg durch Verlaut das übersteuert im Schiff für auch leichter macht es komisch er hat das ist die Mio des Spiels ein kein Arm des Platzes gut Prozent 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 ich wir sind ab das war mal ruhig die Möschung hallo Streamer live auf YouTube wir haben schon drei Zuschauer ich weiß ich weiß nein wir haben null Zuschauer aber ist ne scheißegal er lässt auch ähm mit dir nein da sterben wir doch da nein das schwere losigkeit das ist geil da war ich schon mal drauf ja ich war auch schon mal drauf alle mit sogar mit dem robotern kreativen modus los und wenn ich gehen wir das aber unter ist uns ist heute spring ich sag doch ganz viele leute max führer warum vielleicht kriegen wir dann ein Kind ganz locker besser was los mit ihm in einem Reimping was zu wenn ein Hundert abhängig und nämlich haben ich habe es das will an als super mir lebt zu null bei einer sehr überfüllten mit Blick das nur zwei 2 Sekunden Hallo Okay, ich mach's kein Kopfmann vor Alles in Ordnung So Vielleicht hab ich jetzt besseres Internet Hab eigentlich die PS3 von meiner PS4 runtergetan Keine Ahnung was ich gerade getan hab, aber okay Oh Guck mal, ich hab sogar noch was, dass du nicht hast Woher? Hab ich nur gekauft aus dem Job, ne? Scheiße 200 B-Bucks, normaler Ich sag jetzt wo wir landen, okay? Ich bin jetzt auf mein Regel, okay? Nein Ich bin jetzt auf mein Regel Doch Nur weil du Gruppenanführer bist, heißt es nicht, du bist Gruppenanführer Nur weil ich besser als du, dann hat das nicht, dass es da scheiße Nein, ich bin nicht besser als du Du, ich bin besser als du Ich weiß, ich bin besser Vor allem mit Sniper Und auch vor allem mit Campen Nein, ich kämpfe gar nicht mehr Überhaupt nicht Nicht mehr mit Gold, dass du so in der Ecke musst du dich nicht treffen kannst Nur wenn du so in der Ecke musst du dich nicht treffen kannst Ja früher, du hast richtig lange nicht mehr mit mir, ähm, creative gespielt Ja komm, lass mal gleich ein Wummi-Wunderla Wo? Wo? Äh, warte ich sag dir was ich mach hier den gleich Lass mal Ludleg, das richtig geil Da, da Nullpunkt der Landner und die Spiegelpark Lass Ludleg und dann fließen Okay, aber das ist ein schlechtes, wenn ich schon mal der gerade ein Roboter ist Ich weiß Und Ludlegs sind so gut wie nie welche Und ich wollte jetzt ruhig damit, Jasin, links war, waren da voll viele Wohl Lud? Ja Ja, Nullpunkt halt, ne? Wir gehen alle Null Weil da ist nur drin Okay, lass, ähm, einfach Doch, wir gehen jetzt hin Diesen Tag ist aber dumm Ja, da will ich doch nicht jetzt hin Guck mal hier, warte mal Dreh dich um, dreh dich um Guck wo ich bin, guck wo ich bin Hier, warte Ich merke es hier Da Was da? Hier ist doch zum Teil, hier können wir ein bisschen looten Okay Ich gucke mir direkt die Tue Ich schieße den Gegner Wow Genau, weil ich kriege jetzt Jemand hat gerade den Hüften Loot Lake benutzt, ne? Oh, geil, jump hit, nimm das mit Warte kurz Oder nicht, nimm einfach Nimm einfach, ne? Nimm du, du kannst besser damit umgehen, glaube ich Keine Ahnung Ja Oh, das ist gar Du kriegst eine Waffe von mir, ne? Guck mir Ich war, wir werden gleich irgendwie beschossen und so Äh, äh Ist jetzt unsere Basis, okay? Wir leben jetzt hier Wir müssen jetzt alles ein Chocola, ne? Chocola Hey, Raphael hat der Fortnite Ich weiß, hab noch nie mit dem gespielt Ich auch noch nicht Ersten nicht gesagt, er hat man mit dem gespielt Glaube stimmt nicht Hat gesagt, Raphael kann man nicht mal zielen Raphael ist auch ein kompletter Anfänger Äh, ich konnte auch Hä, warte noch nicht mal zielen, das geht nicht Das klingt nach wie, wie er der Typ Raphael muss zielen können, wenn er sich mit der Störung geschafft hat Und wenn er über irgendwelche Klopfe drückt, ist er auch irgendwann zielen Aber ich bin der Flapp, ob das noch ein bisschen schwerer Mh, ja, das ist noch über diese komischen All-Gees, was? Na, aber die Lämpfe noch so, ne? All-Gees? Oder kann diese Ultrakrassen-Profis sowie Krimix, nein? Na, weißt du? Weiß was? Was denn? Ich kann jetzt, äh, Bodenwandtreppe Bodenwandtreppe Hanses Mal Ich kann es immer noch nicht ganz aller Soll ich es sein? Ne, das macht er auf Gegner an, Luken Ich mach doch Luki Luki Machen die nämlich alle Luki Luki Und Luki Luki Da zeige ich erst, wenn ich, äh, mich eh hochbauen muss Aber ganz selten, das ist ganz selten Aber manchmal verkack' ich das mal Ganz selten aber Ist ja jemand? Ne Ich wollte das Lagerfeuerteil abbauen, aber es geht nicht mehr Das geht nie Das geht nie Ja, ich hab schon mal kein Fortnite mehr gespielt, Max Hm? Digga, was hast du die letzten Jahre gespielt? Bra-la Und die du nicht online warst Ah ja, ich frag' meine Mutter mal deswegen, weil ich hab' das grad wieder gesucht Ich hab' das grad voll vergessen, dass du grad streamst Ich auch Ja, ja, hi Leute, wir sind immer noch da Ich hab' das grad voll vergessen, dass du grad streamst Ich auch Ja, ja, hi Leute, wir sind immer noch da Was? Nicht komm's jetzt Nur auf 50 Spawn, ne? Nicht komplett Alles macht sich richtig aufmerksam, da kommen hier die ganzen komischen Leute, die uns auf den Nacken hauen Ah Ey, Max, das ist gefährlich Gefährlich Da vorne ist doch Lootlick, Junge Ich weiß Ich kann mal gucken, ich hab' ne Sniper Ja, ich muss die angreifen, muss ich die angreifen Okay, tschüss Ich lege grad niemanden Da ist sogar noch ne Kiste Ich glaub' das ist ne Falle Ich glaub' das ist ne Falle Gegner Da Nein, Spaß Da hab's doch hart markiert Da hab's doch hart drin Guck dir, du hätt' ich gesehen Schon vor Schon vor Da ist jetzt wirklich so ein Gegner, du hast ihn nicht gesehen und so alles Der ist halt drin Stell' vor, der ist halt drin So ne kämpft dann so und nicht ihr Und da schreck' mich voll Geh mal, es gibt dem Headshot mit Jagdgewerbebein, da ist egal Guck' halt unten Unten ist nichts, nein Ich hab' letztens einen mit Double Pump gekillt, ne Ich hab' hoch zu Tour Erste Runde in dieser Season Da steht Double Pump's zurück Ich hab' Double Pump Geil, hier ist niemand Endlich mal ne zweite Waffe Auch ne Sniper, ne Scheiße Aber diese eine hier, warte, die hier Die hier? Nein, ich die hier Die hier Die hier? Warte, ich leg die Marantz auf den Boden Da Das ist kein Sniper, das ist ein Sturmgewehr, du Idiot Ja, aber mit nem Sniper Zielfernrohr, ich mag das nicht Das ist einfach nur ein Zielfernrohr Oh, hier ist ein epischer Revolver, geil Du hast eh zwei Waffen, die sind besser, glaub' ich, das meine So, ich hab' einen Standard Oh, Schildaufladen, hab' ich etwas weiter gemacht Ey, wenn du Verbände brauchst, ich hab' zehn Stück Oben auch noch in Rue, alter, geil Ich geh' gucken was drin ist Ich lass' mich die Diesl mer looten Ich will nur wissen was da drin ist Was du Gescheiße Hä? Hä? ich mag nicht die gewährleistung auf dieser mit der falle auch du wirst mich doch verarschen wie dumm du selber bist was ist das für mich allein für gestoßen dachte ich meine ich den habe ich auch hast du den den auf dem Weg der war auch immer die Rakete ich weiß jetzt doch der Arbeiter in der ich weiß ab 6 geht er das stelle ist der Mann hierher ja stimmt du brauchst er welches gibt hier einfach bis sie gab es war beim Wochenende vorstelle reindrücken es ist ein bisschen mehr dann reicht der Landtag nach der Rechiptenwein Kippenheim gewusst er muss aber oben passiert ich ich gibt noch gleich Minis Prozent der Gitarre für den Luft rein soll er machen ich gehe zur Truhe hier ist einer dort ist eine graue Sturmgewehr habe ich da gehittet hinterher wo ist der wo ist er ich gehe direkt wieder rein hä wo ist er ist er weg aber mir ist wieder einer ich sag mal der Typ der von eben bei mir ist wieder einer ne ich hole ihn hast du den Gold ne wo ist der irgendwo bei diesem gebauten oder beim Blut Lake beim Nexus da oben da auf den Teiler gesehen Baller drauf also zwei was ist ein zwei hier hallo Max der beste sie mit auch erst mal du hast den Schottgang geil nicht wiederbeleben kämpfen du bist einfach nur umgeflogen hast runtergeschossen warum ist nicht gelandet hast du geschossen konnte ich nicht ich bin einmal gelandet ich bin gewohnt werden mich immer gleich lassen mich gewohnt zu springen deswegen ich hab manchmal einen Hit getroffen ich habe gut mach mich jetzt mal wieder gucken warum denn so haben wir doch bessere als ich endlich gemacht habe nein doch siehst du so ultra geldes pink hast du kein pink ein gutes pink gehabt was hat ein gutes pink gehabt oder schon die ganze zeit ich habe ja auch gut pink wo ich einen gruppen fahrer bin ist doch meiner stream immer denkst du bist guckmann führer dann mal wieder das heißt das war da wird hier oben der Führer und verweilten Spassern Prozent ja was denn ich habe dich ich mache das doch nicht allerdings nicht ich habe es gerade fast gemeldet aber da habe ich nicht Kappen und Kieskos zum okay Ich weiß es. Ich will sie echt als Zorro gehen. Oh. Oh. Okay. Wie oh. Dann bricht ich mich ein auf das. Hey, da war Hermine. Es ist nicht Harry Potter. Was ist das für ein Film? Guck mal, wie ich Alex an mich besucht habe, schicke ich dir kurz. Äh, wir streamen, Max. Ja, ich schicke dir das in der Party. Hallo, Max. Du erwähnst gerade deine Schwester im Stream. Obwohl niemand zuguckt. Ja eben. Ey, ich geh jetzt runter. Nein, dann wirst du wieder sterben. Tschüss. Ich geh jetzt woanders hin. Ich geh zufällig. Du weißt, wenn ich jetzt im Roboter reinkomme. In den Roboter reinkomme. Was ist dann? Dann ist mir scheißegal. Komm dann einfach zu mir. Fick alles hier weg. Aber ich kann nur laufen oder schütze. Geht nur ein. Ja, dann mach einfach boost nach vorne und springen die ganze Zeit. Kann ich nicht. Das kann nur da läuft auch. Ja. Und deswegen. Das ist scheiße. Hä, nein. Du kannst doch stampfen. Scheiße. Da sind gerade zwei Gegner in einem. Ja, guck. Deswegen sag ich doch, du stirbst. Und jetzt haben die beiden eine Waffe gegegst. Ah, da hat jemand eine Waffe. Mann, aber ich hab bisher nur Munition und kleinen Schildtränkel gefunden. Geil, Lala. Er hat mich ja nicht gekillt. Geil. Er killt mich immer noch nicht. Er glaubt mir, Max. Der wird sich ja killen, wenn er ein Roboter ist. Wenn er ein... Ah. Ja. Guck, sag ich doch. Ja, jetzt gilt er nicht weiter anschauen. Ich hab grad gefahren, dann kriegt er bis raus. Soll ich übrigens ins Blue House. Geht zu mir. Nein, ich bin viel zu weit weg von dir. Oh, scheiße. Hier ist jemand im Haus. Soll er erstmal spielen. Hallo? Muss Gott. Ja, sieben, wie soll ich das denn zu dir schaffen? Hacken. Schiefen. Hacken. Wo ist der? Der durch Baum geschossen. Max, der hackt da nicht. Könnte ein Bug sein. Egal. Hacken. Zu hacken wird auch ausnutzen von Bugs. Mann. Jetzt geh mal meine Karte rein. Hala, guck mal, wie er auf der Karte, wer weg ist, ich von dir bin. Ja, Roboter. Nur als ob die Roboter meiner Nähe ist. Oh, die ist ein Roboter meiner Nähe. Hä? 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 Äh, ja. Das war halt dran. Schild dran. 20. So. Das kann nicht kommen. 19. 18. Ja, cool. Max, ich komme. Alle Quatsch. Ich heb' ja keine Quatsch mehr. Scheiße. Ich werd' jetzt eh verreckend. 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 Ich werd' nur scheiß Loot hab. Man liebt. Sparekamp. Sparekamp. Mann! Wenn er zu zweit auf mich drauf geht, was zu hochstammeln ist. Sparekamp. Jetzt lass mal, was heißt du so? Weißt du so? Weißt du so? Heißt du auch Urlaub spielen? Mann, diese... Ich spiel' mehr gerne mit Yassin als mit dir. Warum? Da sterben wir nicht so schnell. Ja. Und dann wähl' ich in einen scheiß Roboter. Scheiß Roboter. Ja, ich muss deswegen Aufgaben machen. Hast du auf? Ich... Ich brauch' das ja auch! Ich brauch' das ja auch! Fein! Nein! Deswegen mach' ich's ja nicht, weil's zu schwierig ist. Du bist dumm. Ich bin für tausendmal. Nein! Wo hab' ich Alexander? Warte! Was ist denn? Wie soll ich denn gucken? Wo soll ich denn gucken? Wo soll ich denn gucken? Was? Wie ist denn eigentlich ein Specher-Kaffee? Max, bist du das hier? Was? Der hier. Ich seh' grad nicht, ich bin noch... Oder bist du der hier? Bin grad im Spähen. Oder bist du der hier? Bin grad im Spähen. Oder bist du der hier? Ich bin grad im Spähen. Oder bist du der hier? Ich seh' gar nix. Hä? Ich spame doch die ganze Zeit. Siehst du das? Ah, jetzt siehst du. Kuschel. Und du? Du bist der. Nein, das bin ich, wenn ich dich sehe. Nein, weißt du, ey, wenn ich dich sehe? Du bist der. Nein, bin ich lieber der hier. Oder soll ich der hier sein? Nein, der bin ich schon. Ich bin der hier. Nein, der nicht. Ich bin der hier. Ich bin der hier. Ich bin der hier. Auf einer Map, die ich und nur einen Freund von mir erstellt habe. Nein, wir spielen Sniper-Duell. Ja, Sniper-Duell. Halt, es ist ein Map, ne? Kennst du die nicht? Doch. Also, es gibt verschiedene Maps davon. Dann machst du ein Jackewehr und ein Sniper, okay? Wir spielen von Crymax die Map. Crymax. Oder wie heißt? Crymax. Crymax. Nicht iCrymax, sondern Crymax. Ja, bei mir heißt es eine iCrymax, nur eins, nur gut. Äh, also irgendwas. iCrymax, also irgendwas. Dann ist es ein richtiger Standardsgefühl. Hallo? Max? Ja. Hier sind Leute. Die sind alle verrückt? Äh, auf einem G. äh wir haben auch füllen oder ja haben wir müssen wir sind die anderen das mal spielschätzt gehen hallo hallo ist niemand drin ich habe alle kein Herz so leute das soll er warum sollen wir dahin dann gehe ich wieder so hallo warum ist die gruppe schütten kommen wieder wo landest du hat auch markiert was dann woanders jungen jetzt noch nie wieder als die werden wir doch sterben wieder weil es hier Lava ist warum bist du nicht gruppen-chat gegangen dann komm ich jetzt gruppen-chat hallo ja endlich gut geht daher nicht gehirn Omega Bumpern geil sind schon zwei Truhen nice hat nur eine pistol und ein sniper von den ganzen zwei Trunen bekommen was ich habe eine Taschenfestung ok dann komm ich zu dir und dann setzt du dir ein nein ja später nochmals später aber ich muss noch 300 prozent schild aufladen ich doch nur truhe geil grünes trommelgewehr ich komme dann ne ja noch ein bisschen material los weg dann komme ich hast du auch ganz hier material nicht warum kommt niemand rein wir stehen schon fast halbe stunde wir stehen schon halbe stunde ja geil hier ist ne Pumpkorn genau ist nochmal ne Pumpkorn welche denn ne grüne in der Mangel mach ich schon mal ich werde die Kiste vor dir gehen wo bist du wo bist du über die ja da war nix drin ok die Lava steigt ne bleib da oben bleib da oben ich komm jetzt auch rum ich bring was für dich mit warte warte komm schnell runter ich kann das nicht machen komm jetzt einfach bei dich bei dich was machst du hier nimm das Alter bist doch gut der Sniper oder ja gut bleib nach oben ich hab kleine Schildtränke für dich sechs Stück komm da hoch ah oh mein Gott war das grad knapp Alter Max wo bist du ich bin hier auf dem Zaun gelandet ey da ist noch ne Truhe das war grad so knapp hier ist n Taschenriss drin die brauchen wir unbedingt äh was soll ich nicht damit mitnehmen bloß nimm 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 also nimm was wir jetzt also ich hab Verbände keine Sorge gib mir einfach deine Verbände ok hier das ist ein Medi-Kid ja ok warte dann nimm du die kleine Schildtränke die gönne ich mir jetzt auf den Nacken kann ich gar nicht ok egal dann lass sie liegen let's go so und jetzt resten was nein du musst erstmal hoch genug sein ach warte ich bearbeitet ich bin scheiße ernst war noch bearbeitet du jetzt hast genug Materialien oder klar auch ah Bruder wir brauchen eigentlich für alles 999 ich hab nicht mal für alles ich hab noch 400 für alles gehabt fast nur ah ich hab erst 106 Metall oh oh wie hast du gebaut Junge Max was was brauchst du da war auf ok genau genau wir brauchen Materialien bei uns auf nem Berg oder so keine Ahnung Richtung da lang da lang da wo unsere Teammates sind los 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 bau du weiter da wo es zum Berg war da wo es zum Berg war da wo die ganzen Bäume sind genau warte auf hier ist grad Grenze von ähm 0 Junge unter uns ist direkt Luke Lake das war natürlich ein Luke Lake klar denkst du wir schaffen das wir müssen ein bisschen das siehst du da 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 der der weg oh mein Gott auf uns wird gesnipe das ist der wer unser Team nein das ist nicht unser Team ok komm her zum Baum es geht nicht ich hab auch keinen Gleiter ich hab auch keinen Gleiter du konntest einen Gleiter einsetzen ahhh Mann ich hab ihn auch hat Rick schon Lobby verlassen also noch um nirgendwo was machst du denn da was machst du denn da mit Tomi Tomi Sollen wir morgen raus gehen? Nein Soll ich den Stream beenden? Nein Und geh wir denn morgen nicht raus und spielen Yuwi auch Nein Ich hab keine Karten Ich hab keine Karten was so so jedes einzelne Stück hat 5 Euro kostet in jedem Big b On a a t a a a a a a worden ich weiß nicht, ich nehme der ist so schön den hast du nämlich nicht was denn ich finde der wirklich schön den Skin Koma Roxanne als Volkhausen auch schon ich kann Sentinelle die Prinsen noch machen also neulich ist der Heilung kann wohl noch hat sie mir gesagt ich kann es auch noch nicht mich hat er nicht angenommen das geht nicht hat er zu mir ich weiß alles sein von anderen Balkon ich bin von mir sehen so richtig weiß und so Augen so richtig groß und so so hat schwarze Haare und weißes Gesicht richtig kommt mit schwarzen Augen und schwarzen Körper sind aber männlichen Muskeln versuch aber so richtig schwarz nicht brau und schwarz wo ist das jetzt warte ich muss es einstellen ich muss mal kurz das Team wechseln weh du kriegst den kill musst du Code ergeben nein du hast mich getötet du hast mich getötet mit deinem Anblick ich hab dich angeguckt und du hast mich getötet Spaß geil noch mein gleicher möchte ich ein ne du bist hässlich wo bist du denn das das Portal ist schon fertig glaube ich oder bist schon reingegangen nein gut bist du denn über dir komm noch runter dann pack mal den Marshmallow Dings da weg tschüss ich geh zum Portal bin zuerst da bin schon drin was hat der Satz so du brauchst der scheiß ernst das ist aber ein anderes so groß das ist der Satz so groß ich kenn die gut kannst du nicht gut auf der spiel ich spiel die nie deswegen kenne ich die nicht auswendig die Regeln sind klar nicht immer mit dem Jump Hit abbauen also halt nicht direkt am Anfang erstmal in der kleinen Mini Stadt oben kennst du genau aber am Anfang riften was hast du riften nein ich hab auch einen rift richtig auch aber auch keine anderen Waffen unter anderen Sachen holen hast du ja gesagt ich bin besser du bist besser als ich geworden ne ja geht ey um mal auf zu rift denn ey wenn du jetzt in die große Stadt gehst ne das du ist ein richtiges Fightling ok tschüss nimm mal schadli macht das schau mir nur jetzt paar andere Waffen dann okay allein von vier haben schützen ja hier gibt auch keine du bist du was machst du denn da kann man voll gut nebmänner schafft das machst du da warum brauchst du du ich versuch was hallo Junge das ist zum Bauern hier aber aufzubrechen zu kämpfen höchste ja auch zu kämpfen okay nein oh also überhaupt zu bauen und kämpfen Mann ich darf bauen nee ich baust was baust du überhaupt da was womit du nicht rein kannst hör auf kurz okay? lass mich kurz was versuchen Digga hör mal auf tschö Digga hör mal kurz ich muss dort steuerung klarkommen was denn? hab nur ganz normal gespielt so hier hat er gesagt ne? dass du hackst du hacker dass ich jeden Schuss treffe? ja hä? hat nicht mal jeden Schuss getroffen oder? ich weiß ich hab einfach nur gesagt ich hab aim also zu mir das ist kein aim dick weil ich hab gesagt zu äh jassen dass er das auch gesagt hat und da hat er gesagt das ist einfach nicht hacken du kannst auch einfach aim haben ist so ist so ist auch so so bevor du mich angreifst ne? ich hab gesagt es war lack chill kurz so ich muss kurz mal ein Waffen gucken hä? du bist schon rausgegangen nein ja gut ja gut wie soll ich dich snipen ey du kleine ich sag doch mal wenn es los geht das ist der Satz um was bist ich hab mehr von dir erwartet also so also so jetzt gerade 1v1 ich bin auch nicht eingespielt äh ich bin auch nicht eingespielt ach sag ich bin noch nicht mal ernst ich hab 9,5,5,9 xp ich hab 9,5,9 xp schnau ooooh leckerer loot im rohalla bin ich schon besser als redstone king ooooh 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 da muss ich mich ermatzen raisen äh raisen ich hab dann schon mal eine goldene oder epische waffe du? ich schon eine epische ach chill kurz sprayen alter ich kann da rein kommen geilo raskos hallo alter hab ich was sagt dann hehehe ah ich hätte eine goldene pump deswegen jungen gib mal her nein nein grüne taktische na 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 hallo hallo ja hast du grad dieses geräusch von mir gehört ja mach das mal nach hallo hallo nimm so richtig so wie ich hab ich nein ja du bist so richtig krass angehört du hallo hallo kann man nicht hallo 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 ich hab's ja nicht mehr gesehen hallo 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 schau mal kurz erstmal vor der zone lass mich erstmal kurz vor der zone abhauen ok bitte wo du mich angreifst du klar wo bist du überhaupt hallo ah da bist du hallo explosion sind verboten du aber habe ich halt bekommen hey um kein explosion sind verboten bei mir ja ist mir doch egal ich will mit allen waffen die wir bekommen nein doch doch auch katholische Kuppen übertragen habe ich das Mikrofon übertragen und jetzt möchte ich den stream gerade beenden aber es klappt nicht ja hier tschüss